Schöne Sache Was? Der Müll lebt noch Jetzt aber nicht mal So geht der zum Glück recht schnell Rapprieren Verdammt Wow War das knapp Kinder Jagt mir nicht so ein Schrecken ein Ei, ei, ei Was? Oh, oh, da ist so ein Raketenkind Ja, wie die Rakete kreiselt Gucken wir mal hier so ein Opferlamm Ich bin unterwegs Einheit verloren Bam So, und jetzt Klick mir dem Loch Gibt es den da noch Dann ist die ganze Kacke hier sauber Herrlich So Dingerstellungen sind weg Jetzt gibt es Bombenteppich Deluxe Oder Deluxe Ja Auf die Scheiße Die Klop Ach, du Heiliger Die Konstruktionsanheiten sind da, Sir Wir müssen uns beeilen Sonst werden wir von der GBA überrannt Das sind Bulldozer Unser letztes Ziel ist dieser GBA-Stützpunkt in den Hügeln Zerstören Sie ihn Dann können wir alle nach Hause Oh, nach Hause Och, schön wär's Äh, was brauch ich denn? Ach du Scheiße, hier sind ja noch Sowas ist ja hier noch Äh, ein HQ Und ein Saftwerk So, jetzt das Gerüst Cruise Missiles bereit Cruise Missiles bereit Rechne Raketengeschwindigkeit Rechne Windgeschwindigkeit Dort können wir feuern Herrlich Spezial an eine neue Position Voila, fertig Wir sind die Besten Jawohl, Sir Lass mich nicht lügen Ein Nachschublager Alter Kein Scheiß jetzt Äh, ein Nachschublager brauch ich Das kann man ja hier aufbauen Nachschub So HQ steht gleich Okay Dann brauchen wir noch Kasernen Schneibern, Paladin und Tarnkappenbomber Ne, ich weiß nicht Tarnkappenbomber schickt mich irgendwie nach Warte auf Koordinaten Unsere Basis wird angegriffen So, wenn wir es haben Ja, im zweiten Abgammler Was brauche ich noch? Ein Flugfeld, auf jeden Fall Ein Flugfeld, alter Erstmal weg mit dir Erstmal weg mit dir Erstmal weg mit dir Schmeiß mal rein Schmeiß mal rein Weiter Kommt So geht das So geht das Ab ins Haus Wir machen das Ähm, würdet ihr mal bitte Den Bagger zum Ich glaub's ja jetzt nicht Wie er sich anschleicht Weg mit dir Einheit verloren So, jetzt das Gerüst Sag mal, sag mal Was soll denn der Scheiß Kommt der Scheiß her Auf jeden Fall Komma an Schieß Luftüberlegenheit ausnutzen Du brauchst Hilfe Wo sind meine ganzen Männer? Wo sind meine ganzen Männer? So, da sind noch ein paar Panzer Umdrehen Abballern Oh, ihr schießt auf euch Selber wieder Ihr Idiot Mann, Mann, Mann Hast du aber auch Nix als Ärger Mit den Fli-